Willkommen zurück, Yoshi-Freunde, hier bei Yoshi's Crafted World. Im zweiten Part befinden wir uns immer noch in den Octodox und jetzt geht es zum Piraten-Pier und... Acht? Hier gibt es neun Blumen? Wieso denn neun? Oh, hier gibt es sechs Blumen im Level? Das ist neu, das gab's früher nicht. Folgendes waren immer fünf Blumen in jedem Level. Scheinbar kann das hier variieren. Okay. Krass. Ich hab übrigens den Yoshi gewechselt, er ist jetzt grün und... Ach nein, er ist jetzt rot und nicht mehr grün. So. Sieht auch sehr schön aus der rote Yoshi. Und was haben wir hier hinten? Ein paar Münzen. Okay. Die ersten drei roten Münzen haben wir auch schon. Das Level gefällt mir so. Mit dieser Piraten-Thematik. Es ist auch ein bisschen duster und... Der Hintergrund ist sehr interessant. So, hier hab ich... Erstmal eine Blume. Ich glaub, aus dieser Röhre kommen ganz viele Shy Guys. Oder Piraten-Guys. Na los! Dauert aber ziemlich lange, bis die kommen. Und da hinten ist nochmal so ein Vogel. Ja, und ich treff ihn natürlich nicht. Dann mach ich's halt von hier unten, da ist das relativ einfach. Hier hinten überall diese Kaffeemilch aus diesen kleinen Pötten. Und Action-Zeit-Event. Das aber ganz gut machbar ist. Okay, da unten wird nichts sein. Na, der wollte ich eigentlich essen. Äh, und hier ist so ein Blark. Was schlecht ist, weil ich grad keine Eier hab. So. Ich schießt mein Eier auf, die verziehen die sich kurz. Aber die kommen auch wieder. Also so richtig losiert man die nicht. So. Und hier ist ein Geschenk. Mit ein paar Münzen. Und einer roten Münze. Hier sind so viele Vögel, die ich abschießen kann. Aber ich hab keine Eier. Okay, da kommt man so gerade drüber. Ach, hier ist eine Eierblume. Okay. Blaues Ei gibt's auch. Welche Bedeutung die verschiedene Eierfarben haben, weiß ich nicht. Ob die überhaupt eine Bedeutung haben, weiß ich auch nicht. Schon vier Blumen. Ich weiß aber... Früher hatten die eine Bedeutung. Da gab's halt... Also im allerersten Yoshi's Island war's auf jeden Fall noch so. Da gaben gelbe Eier Münzen. Normale Münzen. Und rote Eier gaben Sterne, wenn man sie auf den Gegner schießt. Es war also immer noch so eine Möglichkeit, sich zu heilen, bevor man das Level abschließt. Die hat man hier jetzt aber nicht mehr, glaube ich. Weil... Ja... Die Eier... ...haben ihren Effekt, wenn sie einen haben, bisher nicht offenbart. Ich lasse diese Vögel mal. Die geben mir bisher immer nur Münzen. Aber keine besonderen Münzen. Also ist es nicht so wichtig. Die Münze aber will ich haben. Was ist das jetzt? Das ist nochmal was anderes, oder? Ach, hier dreht sich alles. Okay. Na, komm her. Ja. Okay. Ja, mit dem Hintergrundschuss zu spielen, das wurde in dem Spiel groß angekündigt. Aber das wurde dann wohl auch wieder, ja, groß herausgenommen. Man kann es zwar immer noch so ein bisschen. Aber es kommt nicht mehr so häufig vor, wie es eigentlich vor zwei Jahren angeteasert wurde. Warum auch immer. Vielleicht hatte man nicht genug Ideen. Vielleicht gab es technische Probleme. Ich weiß es nicht. Ich glaube, in dem Level werde ich nicht alles auf Anhieb bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Wobei, Münzen und Blumen habe ich. Und für die Herzen bin ich ja selbst verantwortlich. Das ist aber ein kurzes Level, oder? Ah, geh weg. Ich denke immer, die Verstecken irgendwas. Aber ist nicht so. Hier sind nochmal Herzen. Na gut. Dann jetzt hier. Ist das ein Bossfight? Das sah aus wie eine Boss-Tür. Oh, das war schlecht. Da verliere ich meine Herzen bestimmt noch. Ah. Und was glaubst du, wo du hingehst? Ich tunke dich ins Wasser, Yoshi. Okay. Okay, ich glaube, das Konzept habe ich verstanden. Na, erstmal antäuschen. Aber egal. Ja, ich treffe ihn trotzdem. Ja. Keine große Herausforderung, der Dude. Geschafft. Super. Ja, Münzen haben wir genug. 20 Herzen haben wir auch, zum Glück. Und die Münzen haben wir auch bekommen. Okay. 24 Blumen haben wir jetzt insgesamt. Das ist... Beachtlich. Hier gab es ja eine mehr als sonst. Warum auch immer. Da muss ich echt drauf achten. Dass ich nicht davon ausgehen kann, dass es in jedem Level... ...fünf Blumen gibt. Hey, Yoshi! Was ist denn, Benny? Wie hat dir Oktodox gefallen? Hattest du eine schöne Zeit? Ich hätte gehofft, man könnte mir vielleicht das ein oder andere besorgen. Ich benötige folgendes. Plattfisch. Einen Hinweis? Gern. Ein großer Fisch, der am Meeresgrund lebt. Einfach mit einem Ei bewerfen. Okay. Also hier. Soll ich jetzt nochmal ins Level gehen und dann diesen Fisch suchen? Okay. Es gibt also auch noch Aufgaben. Machen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich finde den auch. Ah ja. Der ist ja nicht schwer zu finden. Geschafft. Ja, dann beenden wir das Level auch sofort. Gut, dass das hier so angeboten wird. Das finde ich aber gut, dass man in dem Level noch verschiedene Aufgaben erledigen kann. Also wenn es überhaupt immer so ist. Ah, juhu. Plattfisch gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Ach, noch eine Blume. Krass. Blumen zaubern jedem ein Lächel auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schickt man einfach ein Blumen. Das wirkt Wunder. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige folgendes. Sechs-Boden-Birdie. Am Hafen gibt es viele von ihnen. Es müssten insgesamt sechs sein. Einfach mit einem Ei bewerfen. Okay. Und er möchte auf jeden Fall die vom Boden. Ja, ich habe ja schon gesehen, dass es hier verschiedene Vögel gibt. Dann sammle ich auch die noch ein. Und dann gehen wir hoffentlich ins nächste Level. Und das würde ich gerne schon noch sehen. Die Level finde ich so gut gestaltet bisher. So, das ist ein fliegender Vogel. Oder ein hängender. Nachdem man alles gesammelt hat, sieht man im Level auch... Was rote Münzen sind und was nicht. Also wenn man irgendwie nochmal ins Level gehen muss, weil man eine Münze vergessen hat, dann kann man das machen. Und man muss nicht wieder alle Münzen sammeln. Oder man sieht zumindest, welche man schon hat. Gibt es hier noch mehr Vögel? Also die vom Boden? Oder finde ich einfach keine mehr? Naja gut, hier. Der ist offensichtlich. Ist aber auch erst der zweite. Aber so lange ist das Level doch gar nicht. Oh, ich habe bestimmt schon einen übersehen. Ach man. So, der dritte. Das Event kann ich leider nicht abbrechen. Da oben ist einer. Mir fehlen aber immer noch ein paar. Zwei Stück glaube ich. Achso, ein paar. Okay, da ist einer. Geh du mal weg. Okay. Fünf. Die fliegen wieder. Jetzt kommt doch nur noch der Boss, oder? Ah nein, da ist der letzte. Okay. Dann haben wir alle. Jo, Level beenden. Ah, juhu. Boden Birdie gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Noch eine Blume. Krass. Ich habe noch eine, bitte. Die Krebse hängen gerne am Meeresgrund ab. Ich bräuchte drei davon. Einfach mit einem Ei bewerfen. Ja, okay. Die hole ich dir noch. Aber dann ist gut. Ah. Er hätte mir auch sagen können, dass er den Fisch und die Krebse möchte. Er hätte jetzt alles in einem Ruck machen können. Aber nein, dann eben nicht. Ja, die Krebse sollten nicht so schwer zu finden sein. Die sind hier relativ groß. Diese Eimer. Und jetzt finde ich trotzdem keinen. Ich dachte eigentlich, ah ja, hier. So, ein von drei. So, ich glaube, der Eingrebs war auf jeden Fall ganz weit hinten im Level. Ah, einer dann noch hier. Aber hier ist auch noch ein Geschenk. Habe ich das erst mal übersehen? Aber ich habe ja nichts verpasst. Sehr gut geworfen. Ist auch nur Münzen drin. Aber da könnte ich sowas tatsächlich übersehen haben. Naja. Haben wir es ja jetzt. So, hier müsste der letzte Krebs sein. Oder hier. Ah, verdammt. Egal. Oder hier. Aber jetzt sind wir eigentlich schon zu weit, oder? Ich glaube nicht, dass hier noch was kommt. Ach man, wieso laufe ich denn dagegen? Ah doch, hier. Ja, dann beenden wir auch dieses Level. Und ich hoffe, das war jetzt genug. Mit den Sammelaktionen. Denn ich würde gerne noch das vierte Level angehen. Ah, Krebs gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Okay, jetzt hat er auf jeden Fall nichts mehr zu sagen. So, hier kaufe ich mir erst mal ein neues Kostüm. Ah, wir können auch eigentlich sofort zwei. Mach mal einen dreifachen Einsatz. Gibt es auch drei Geschenke. Ein rotes dabei. Das dürfte was Besseres sein. So. Flaschendeckel. Okay. Lila Fisch. Und? Piratenschiff. Selten. Okay. Ähm. Ja. Ziehen wir erst mal den Flaschendeckel an. Sieht ja super aus, Yoshi. So, und jetzt noch schnell ins letzte Level. Also, für diesen Part zumindest. Ah ja. Ah, ich bin so kaputt. Hätte ich doch noch fünf Grinseblumen. Die kann ich dir geben. Wenn du mich dann vorbeilässt. Das kommt scheinbar so ein Wald oder so eine Wiese. Danke, es geht mir schon viel besser. Aha. Lustlosland. Herzlich willkommen. Da ist das erste Level im Lustlosland. Schnuffel auf der Rolle. Okay. Hier kriegen wir es also zum ersten Mal mit Schnuffel zu tun. Und hier gibt es sogar sieben. Blumen im Level. Krass. Joa. Mal gucken. Wie das hier wird. Okay. Sehr interessant mit diesen Rollen. Jetzt konnte ich leider die Scheiergeist nicht fressen. Hier werde ich wahrscheinlich Schafe sammeln müssen für Benny. Oder für den Neuen. Der wird wahrscheinlich nicht Benny heißen. Was bist du denn für ein Geschöpf? Okay. Essen kann ich dich wohl nicht, aber ich kann dich umwerfen. Das ist ja auch schon mal was. Na gut. Ach, verdammt. Unten ist nichts. Ach, bin ich schlecht. Man kann nicht da durchspringen. Na komm her. Aber hier kann ich durchspringen. So, und hier ist die erste Blume, nehme ich an. Gut. Unten ist ein Schaf. Na, ich glaube, der hätte ich runtergekonnt. Man, hier kann ich noch runter. So ist es. Okay. Geh weg. Das sind voll die süßen Viecher hier. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. So eine Mischung aus Eichhörnchen und, ich weiß nicht, Schnabeltier? So, was ist das denn hier? Na, super. Lach mich nicht aus, Schallgeil. So. Weiter geht's. Okay, hier ist ein Schaf. Ich denke, die Schafe werde ich irgendwann sammeln müssen. Aber jetzt kann ich damit, glaube ich, noch nichts anfangen. Und hier kann ich hoch. Dann gehe ich da mal hoch. Okay. Nein. Okay. Nuch. Aber keine Blumen. Ich dachte eigentlich, ich wäre eine Blume. Na gut. Ich meine, es gibt ja so viele Blumen und ich finde einfach gar keine. Das ist ein bisschen seltsam. Ich habe bestimmt schon eine verpasst. Hier sind Schnecken. Oh Gott, ist das viel. Geld, Geld, Geld. Geld. Ah, da hätte ich vielleicht hingekonnt. Okay, jetzt nochmal so ein Umkehrevent. Ach Gott. Ja, super. Keine Eier mehr. Auch sehr geil. Okay, das Level werden wir auf jeden Fall nochmal machen müssen. Da habe ich mich großartig verkackt. Oh, ich habe keine Eier mehr. Hä? Muss ich da drauf springen? Aber ich kann ja gar nicht da drauf springen. Ah, ich muss das von der richtigen Reihen. Äh, von der richtigen Seite machen. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Okay. Ach Mann. Und sowas bin ich wirklich schlecht. Und wieso hast du eine Yoshi-Coin? Okay, das sind wohl die Zehner. Hier will ich noch nicht runter. Ich will zu dem Frosch. Na, ich komme so ein bisschen dran. Hm. Ah, okay. Jetzt bin ich noch nicht mehr blind. Und jetzt bin ich beim Frosch. Ja. Blume verpasst. Vielleicht weiß ich auch bei dem Umkehrevent. Das kann schon sein. Aber verpasst ist verpasst. Muss ich nachholen. Ist aber auch wieder ein größeres Level, habe ich den Eindruck. So, ja und jetzt geht's. Ah, jetzt kommt Schnuffel. Endlich. Ja, Schnuffel ist Yoshi's Gefährte. Er läuft immer in die Richtung, in die ich zeige. Oder soll er zumindest. Ob das immer so klappt, werden wir sehen. Und er kann auch die süßen Eichhörnchen besiegen. Ja, Schnuffel kennt kein Erbarmen. Oh, und da war was. Nein, zurück Schnuffel. Ah, er kann sich hier durch die Knete bohren und mir die Blume bringen. Guter Hund. So, erstmal hier den Zaun weghauen. Dann das Schaf. Und dann die Münze holen. So, Schnuffel, es geht weiter. Kann auch richtig hoch springen. Schnuffel ist perfekt. Der perfekte Begleiter. Schnuffel. Komm zurück. Ah, okay. Hoch. Hoch. Und die Blume holen. So, dann geht's weiter. Was sind hier für eine Schafe? So, Checkpoint. Und Action-Zeit-Event. Mit Schnuffel wahrscheinlich, oder? Oh Gott. Ich bin richtig schlecht. Oh, schön, wie sich hier im Hintergrund so viel tut. Ah, ich dachte, das wäre vielleicht noch eine rote Münze. Oh, ich habe sie auch noch nicht. Ja, es ist eine rote Münze. Oh Mann. Ja, er buddelt sich einfach durch die Knete. Aber ich muss mir hier einen Weg suchen. Ja gut, das reicht schon so. Komm, Schnuffel. Okay, dann geht's weiter. Zumindest noch ein bisschen. Schnuffel, alles gut. So, 20 Münzen gesichert. In dem Hintergrund kann er mir wohl nicht folgen. Oh, schon wieder keine Eier. Wenn man in den Hintergrund schießen möchte, muss man aufpassen, dass man auch genau zielt. Im Vordergrund ist das nicht... Also, auf der eigenen Ebene ist das nicht so wichtig, weil man da ja auch so halb treffen kann. Ah, man muss schon in den Hintergrund ziehen, damit er auch wirklich in den Hintergrund wirft. Sonst bleibt er halt auf seiner Ebene. Und kriege ich keine Eier mehr? Komm, ein Ei oder so muss ich kriegen. Ja, hier. So, Schnuffel, trag mich. So, wo muss ich denn nochmal hin? Genau hier oben war noch eine Münze. Und ich denke, das ist kein Geheimnis, dass die rot sein wird. Ja. Hm. Ah ja, so. So, und hier hätte ich auch nochmal Eier bekommen. Super. Irgendwie... Oh, komme ich jetzt nicht mehr zurück, oder wie? Doch. Ja, da geht's überall her, aber ich komme da nicht her. Ah, das ist besser. Perfekt. Jetzt kommt Schnuffel da endlich her. So, nun komm. Und da ist das Ziel. Ja. Perfekt. Da fehlt ja einiges. Aber naja, Ziel erreicht immerhin. Und ich habe ja gesagt, in Yoshi-Spielen ist es nicht immer ganz einfach, alles zu sammeln. Meine Herzen haben wir. Ja, Münzen müssen wir noch nachholen. Und die Blumen natürlich auch. Oh, was bist du denn? Mini-Schnuffels. Was willst du? Sie suchen? Ja, dann wird das jetzt Überlänge geben, aber dann suchen wir die noch. Und jetzt hat sich das Level auch gedreht. Und diese Mechanik, die wurde eigentlich ganz groß angekündigt, dass man die immer anwenden kann und... Ja, keine Ahnung. Aber das ist dann jetzt nicht gekommen. Muss ich abschießen? Aber das bin ich mal grausam. Ich habe gar keine Eier mehr. Kann ich auch die... Ja, ich kann auch die Hunde werfen. Das soll ich aber vielleicht nicht unbedingt machen, wenn ich es nicht muss. Ähm. Entweder übersehe ich gerade alles. Oder die Hunde sind einfach weit verteilt. Was ja auch sein kann. So, da ist der Zweite. Ja, das ist auch der Zweite. Okay. Dann habe ich noch nichts übersehen. Obwohl ich hier so durchrenne. Na, bin ich blöd. Und da ist der... Dritte Rund. Okay. Nein, ich habe ihn nicht. Ja, ich sehe ihn ja auch nicht. Wie soll ich das machen? Ach, dieses gemeine Spiel. Von hier? Komme ich auch nicht dran. Ja, den Scheiger kann ich erledigen, aber... Ah doch, von hier komme ich dran. Und jetzt? In welche Richtung? Muss ich zum Anfang oder muss ich zum Ende laufen? Mir sagt ja niemand was. Ich bin so unfähig. Das ist halt auch ein riesiges Level. Äh, ja. Ich muss natürlich zum Ende laufen. Ah, ich dachte, wir werden vielleicht noch... ...sinnvolle Sachen, aber nein, nur Herzen. Na, super. Und ein neuer Versuch, da hochzukommen. Okay. Einfach durch. Das ist echt ein großes Level. Ich muss es auch innerhalb von drei Minuten schaffen. Ja, aber wie komme ich denn jetzt hier hoch? Das ging ja nur mit Schnuffel. Kann ich von hier darüber fliegen? Eher nicht. Oder? Wow. Dann ist der Flatterflug ja doch noch relativ mächtig. Schnell, die haben nicht mehr ewig Zeit. Ach, ich bin richtig schlecht, oder? Mein Timing ist... ...hätte besser sein können. Ich meine, ich habe fünf Minuten Zeit und ich brauche sie auch fast. Aber gut, ich bin ja auch noch mal zum... ...ich wollte ja noch mal zum Anfang laufen. Das war halt mein Fehler. Ja, komm, noch eine halbe Minute. Das werden wir ja wohl schaffen. Aber wenn nicht, wäre das richtig bitter. Ah, verdammt. Ne, von hier weiß ich jetzt wirklich nicht weiter, wie ich da hinkommen soll. Und ich schaffe es auch nicht mehr am Zeitlimit. Schade. Okay. Dann... ...war das wohl nichts. Aber ich würde gerne schon herausfinden, wie ich da hinkäme. Aber von hier komme ich ja auch nicht da hin. Aber hier ist ja auch keine Möglichkeit, da hinzukommen. Oh, Mann. Also bisher finde ich diese... ...diese... ...Schnuffelsuche... ...nicht gut gemacht. Oh. ...im Multiplayer wäre das jetzt kein Problem. Da kann man ja einfach übereinander springen, aber... ...nein, das geht auch nicht. Aber hier gibt es ja... ...gar keine Möglichkeit. Ach, lass mich doch in Ruhe. Keine Ahnung. Das müsste ich ja fast schon nachgucken. Aber wie soll ich das nachgucken? Das Spiel ist gerade erst erschienen. Ich kann mir auch von hier nicht... ...doch, ich kann von hier wechseln. Ah, ja. Das muss man auch erst mal... Jetzt lass mich doch hier hoch. Wow. Jo. Das ist halt damit verkackt. Moment mal. Ich kann es nicht mal mehr abschließen. Okay, das war nichts. Schnüffelchen finden. In erfolgreich beendeten Leveln kannst du jetzt nach Schnüffelchen suchen. Na, super. Jetzt gibt es hier 14 Blumen drin. Okay, müssen wir im nächsten Part angehen. Das war jetzt alles nicht so erfolgreich, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Aber okay, das gehört zu Yoshi dazu. Wir holen die 100% früher oder später. Sollte euch der Part trotzdem gefallen haben, lasst doch einen Daumen da. Und dann bis dahin. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.